Trading ist kein Glücksspiel. Wer erfolgreich handeln will, der braucht eine Strategie, der braucht Disziplin und der braucht natürlich das entsprechende Wissen. Ich möchte dir zeigen, wie du diese Fähigkeiten erlangen kannst, wie du diese Fähigkeiten für dich entwickeln kannst. Besuche meinen Vortrag auf der World of Trading 2023. Der Link ist in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Bis bald.